Die ISA hat als internationale Schule und als IB-Schule den großen Vorteil, dass sie weltweit überall einheitlich nach dem selben Lehrplan arbeitet und damit der Umzug für Eltern und Kinder viel, viel leichter möglich ist. Die ISA fängt mit drei Jahren in der Vorschule an und geht dann bis zur 12. Klasse. In der 12. Klasse kann man das IB-Diploma absolvieren, das auch in Deutschland als Abitur anerkannt wird. Wir hatten fünf Jahre in Folge eine hundertprozentige Abschlussquote. Wir haben maximal 20 Schüler in der Klasse, aber vor allen Dingen auch das Schulprogramm trägt dazu bei, dass sie die Schüler gut kennen und der Lehrer die Schüler gut kennt. Es entsteht einfach ein unglaublich familiärer Zusammenhalt in der Schule, der auch gute Leistungen hervorbringt. Englisch-Intensivierung, Deutsch-Intensivierung für die Kinder, Muttersprachprogramme sind zentral und wichtig und die werden einfach an keiner anderen Institution im Großraum Augsburg angeboten. Wir bilden die Schüler ganz grundsätzlich fürs Leben aus und nicht der Schule willen. Ausbring Ausbring Bis zum nächsten Mal.